Salve Freunde! Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Lucius. Vor fast 2000 Jahren habe ich hier in Pforzheim gelebt. Folgt mir doch mal ins Archäologische Museum und findet mehr über mich heraus. Habt ihr euch bereits gedacht, dass ich ein römischer Junge bin? Sehr gut. Tatsächlich haben wir Römer Pforzheim vor ca. 2000 Jahren gegründet. Woher man das weiß? Archäologen fanden heraus, dass diese alten Mauern von den Römern gebaut wurden. Spannend, oder? Wie das funktioniert, erfährst du im Museum. Die Römer nannten unsere Stadt aber noch nicht Pforzheim, sondern Portus. Portus bedeutet übrigens Hafen. Und wo würdest du hier in der Nähe einen Hafen bauen? Richtig, Häfen baut man in der Nähe von Wasser. Und das nächste Gewässer ist die Enz. Geht doch mit eurer Familie mal an der Stelle vorbei, wo die Römer durch die Enz eine Furt anlegten. Dazu geht ihr vom Museum zur Brücke in Richtung Krankenhaus. Vor der Brücke geht ihr nach links. Von hier aus ist es nicht mehr weit. Auf beiden Flussseiten bauten die Römer ihre Häuser. Das könnt ihr auf dem Plan im Museum erkennen. Die römischen Mauerreste, die unter dem Kappelhof entdeckt wurden, könnt ihr im Archäologischen Museum selbst anschauen. Schaut euch mal diese Mauern genau an. Erkennt ihr Unterschiede? Die eine Mauer wurde von uns Römern erbaut. Sie ist sehr regelmäßig und ordentlich. Alle Steine sind gleich groß. Die andere Mauer stammt aus dem Mittelalter. Sie ist also viel jünger als die römische Mauer. Sie sieht aber lange nicht so ordentlich aus. Im zweiten Teil des Museums findet ihr noch mehr Informationen zu meiner Geschichte. So entdeckt ihr zum Beispiel, dass es in Pforzheim damals auch einen römischen Bauernhof gab, die sogenannte Villa Rustica. Sie befindet sich ganz in der Nähe im Kanzlerwald. Bei schönem Wetter ist das eine tolle Idee für einen Familienausflug. Unsere Eier, unsere Milch und vieles mehr erhielten wir von der Villa Rustica. Im Museum könnt ihr erfahren, was wir sonst noch gegessen haben, was für Kleidung wir trugen und ihr könnt sogar selbst eine Getreidemühle ausprobieren. Bei unseren Familiensonntagen könnt ihr sogar selbst kreativ werden und ein schönes römisches Mosaik gestalten und mit nach Hause nehmen. Der Eintritt und auch die Aktionen an den Familiensonntagen sind immer kostenlos und ihr müsst euch auch nicht anmelden. Einfach vorbeikommen und wenn ihr außerhalb der Öffnungszeiten kreativ werden möchtet, schaut euch doch unsere Empfehlungen für einen digital kreativen Ausflug unter diesem Video an. Ich freue mich auf euren Besuch im Archäologischen Museum Pforzheim. Macht's gut! Ich freue mich auf euren Besuch im Archäologischen Museum Pforzheim.